Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne, Mills? Mit ohne. Stefan, ich hätte nie gedacht, dass es vor Weihnachten doch nochmal unter 20 Grad wird. Mein Vermieter wollte den Heizungskeller schon umbauen. Wärmepumpe? Nee, eine weitere Wohnung. Ich habe ja meine Winterklamotten bei Ebay vertickert, weil ich dachte, die sind out, wenn es irgendwann mal wieder kalt wird. Stimmt, Anke, so schlau wie ein Leberwurstbrötchen müsste man sein. Hä? Die in deiner Auslage tragen schon seit zwei Tagen, Pelz. Nicht lustig. Einmal die Vieh- und die Pudelmütze da. Momentchen mal bitte, Stefan, so ein Ding könnt dir auch nichts schaden. Hä? Frisur. Oder wie man bei dir heute sagt, kalte Platte. Nicht lustig. Also ich empfehle bei dem Wetter das Zwiebelschalenprinzip, also eine Zusammenstellung der Kleidung, bei der mehrere Kleiderschichten von unterschiedlicher Dicke und Material miteinander kombiniert werden. Mir langt das Zwiebelschalenprinzip beim Tanken. Hä? Da kommen einem auch jedes Mal die Tränen. Oh, mach 3.332 Euro, sammeln Sie Gefrierpunkte, haben Sie eine Po-Frost-Card oder sind Sie im Frau-Wolle-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Läuft bei dir. Anke's Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.